Aus Trabi-Däschern, Skiern, dann wurde er umgebaut. Wurde eine Pardinax-Platte unten drunter gebaut, damit es schneller wird und ansonsten hat er jetzt den dritten Look. Jetzt haben wir FC Erzgebirge Aue. Es war jedes Jahr eine Riesenfreude mit einem Riesenaufwand. Ich war diesen letzten Sommer das erste Mal bei dem Hitchmrace im Sommer auf dem Teich und da kam dann der Zill zu mir und hat mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte. Da ja der Wustel jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre raus ist und er so ein bisschen frischen Wind reinbringen möchte und da habe ich eigentlich gleich ja gesagt. Das ist der erste Mal bei dem Hitchmrace. Das ist der erste Mal bei dem Hitchmrace. Ich bin auf dem Hitchmrace. Dramatische Musik. Die Weißkristin ist immer noch in der Bahn.